und im Torwart man in der Kliebeband noch an die Sitzung 2 klar griffmäßig vielleicht aber von dem Busch das schlug wahrscheinlich naja das ist alles von mit bären und zwar für die nacht zurückziehen diesen kleinen Scheiß nicht ok die Speere bringt schon was mehr sie ist auch schon wieder da aber ich glaube du kannst mit ihr nicht in Teil gehen die reagierten ja ich denke mal dass man wahrscheinlich irgendwas machen muss da ist noch ein kleiner das ist den eben noch töten bevor wir vor die Nacht losgehen ach nee die Planer hast du jetzt ne ne oh ne da kommt noch was großes wie kann das jetzt mit den Hölzern ich passe auf ja 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 man kann das nicht den Speer nicht machen ne ich habe mein Speer in Grün geworfen oh nein ja da sprich irgendwas vom Baum zu kommen solltest schnell schlafen ja äh ich muss aber vorher einmal schnell nehmen wir gleich angegriffen eher ja ich schalte ich schalte ich schalte ich schalte okay wir können nicht schlafen dabei soll sie es angreifen ich sehe nichts da mach ich was anders das da ist der kleine das gerade im links probieren Ja, jetzt hat es geklappt. Ich war gerade in meiner Tasche. Scheiße. Wo sind sie? Kein Schlag mehr aus, ich habe nur noch einen Strich. Ja, ich hätte vielleicht auch nicht angebracht sollen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich nochmal spawnen. Vielleicht spawnen wir hier im Lager, Marek. Bist du auch tot? Ja. Okay. Ja, ich verkehle es nicht vor. Der hat dich umgehauen und da hat er direkt mich umgehauen. Oh, Alter. Ja, ich würde sagen... Ja, wir sind bei denen im Lager. Was schön, wie unsere Messer immer so nah bei uns sind. So Sachen sind hinter uns, übrigens. Ich habe den ersten gleich geküpft. Oh, jetzt hat der mich K.O. geschlagen. Aber du bist weggekommen, ne? Ja. Der hat mich gleich wieder K.O. Ich hänge irgendwie ne Dauerschleife fest. Nein! Oh, herrlich, ey. Uh! Oh, das ist der Große, ne? Oh, scheiße. Hast du noch Molly? Ich habe nicht mal... Hab ich überhaupt ne Waffe oder so? Ja. Der ist tot, ne? Ja. Ich bin gerade nicht gucken, ob ich irgendwo ein Schmerzmittel finde. Nein. Du musst frei. Boah! Du Arsch! Das solltest du... Ich befreie euch nicht wieder. Nee, da hab ich direkt gehauen. Wieder. Wieder. Oh, die Arschloch. Verdrücken, ne? Ja! Ich dachte... Vielleicht gehört die ja zu den... Zu der... Zu der... Alter! Ja! ich habe den anderen aber vorher noch ein stück fleisch aus dem körper geschnitten also bei tod ja ich weiß nicht was ich dem daraus geschnitten also ja nicht so komisch die rumtanzten wo ist meine tasche mein gott hier lachen was lern aber auch nicht dazu nee nee auf keinen fall haben wir alles gelootet wenn es ihm war dann können wir einfach wegfahren ich kann nicht reparieren das reifen so lange das liegt auch noch nicht zu schreien alter schwede hinter dir Ja. Okay. Wo waren wir? Ähm, wir wollten zum nächsten Spot, ne? Aua! Hehehehe. Da ist mir grad was runtergefallen. Nee, brauchst du nicht so gucken. Der andere, der hat mich angegriffen. Du bleibst hier fest. Wer ist du verfault? Oh, Aloe Vera. Wo hast du Aloe Vera gefunden? Hier. Oh, da kommt noch einer. Ich hole mal eben kurz auf. Ich muss den Speer wieder ausstatten. Der macht einfach mehr Schaden. Ist halt so, ne? So, wollen wir dann Richtung Dings gehen? Next Spot. Achtung, er kommt wieder. Achtung, er kommt wieder. Tana geht so wohl. Guck mal nach, was für Fleisch du aus diesen komischen... Oh, da ist doch wieder einer. Und er haut auf. Ich seh aber auch kein Fleisch. Wahrscheinlich bin ich gestorben. Genau, wir müssen den Weg leer. Ich hab gesagt, das wäre ein Tier. Also wollen wir hier lang... Nee, gar nicht warm. Wir müssen da lang. Aber wir könnten den Weg lang laufen. Einfach nur, um zu gucken, ob wir was Schönes finden. Ah, die Kleinen sind wieder hinter uns. Zwei Stück. Wollen wir mal laufen? Wollen wir mal laufen? Stimmt ja, wir haben hier jeder seine eigenen... Das ist ja... Na guck mal, da vorne wartet er schon auf uns. Hallo. Na. Auch hier. Oh. Gold Boy ist wieder da. Hi. Ich hab echt gedacht... Stimmt ja, wir beide müssen noch mal handeln wegen Moni. Nein! Ich fühl mich diskriminiert. Du kannst dich diskriminiert gefühlt haben. Mann! Immer auf die Kleinen. Nein, der Kleine rett ja dann mit ihnen rum. Ist der jetzt? Oh! 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 sie drücken sie hat den sperr in den kopf reingeworfen ist nicht gestorben wir sind im neuen lager reichelchen vor allem hier scheint auch keiner zu sein und da kommt golden boy wir haben uns ein Stück zurückgeschleppt ich würde sagen wir laufen ist das du? er kommt, er kommt, er kommt der hat einen sperr der hat einen sperr ah, alter ach, der trägt einen sperr noch ja, jetzt kriegt er meinen zweiten sperr sag mal ich hab ihn mal angezündet er hat beide sperr also einer war im hals drinnen ein anderer steckt so irgendwie fast drinnen diese kleine Rade ich würde sagen wir gehen weiter ähm, ich würde mal gucken, dass ich kriege ihn sagen aber das geht eigentlich nicht ähm, wenn wir hier weiter laufen kommen zum schrank vielleicht finden wir schon das wär natürlich wünschen Alter, als wenn kleine Goblins hinter der Herr werden das geht ja, ich ich warte eigentlich auf eine stelle wo ich trinken kann da wo du dich nicht mehr schwimmst genau hier aber ich kann auch noch mal hier aber ich kann auch noch mal weil er ist das ist aber das ist aber was ist denn die 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 mit einer du kannste regn den spiel er hat da war ja doch noch was der guter muss auch drauf kommen das sieht sehr wüstig aus und er ist recht zu lassen die müssen zurecht man der Linksverhalten ist Aber man könnte hier einmal mindestens unten den Strand langgucken, ob da was liegt oder ob da ein Tierchen wäre. Das könnte man ja mal machen. Hier sind Fächer, feste. Oh ja. Hast du schon? Also hier liegen welche, aber die kannst du nicht einfach mal. Ja, so, ja, nicht die Schnecken. Ja, das sah halt so aus. Sie sehen halt so ähnlich aus. Ja. Vielleicht ist man auch nicht tief genug im Wasser. Ja. Rettungsweste? Da ist ja wieder Fishies. Ich glaube, hier ist aber nicht viel. Hier ist ja nichts. Was sind das Höhlen da? Zelte? Rettungsboote. Rettungsboote sind da. Ah, zu viel Ladung. Braucht man natürlich immer. Mhm. Das ist der Urlauber hier. Kann man erstmal ein bisschen. Oh ja. Fleisch. Und Federn. Licht. Schrofflindenaufsatz. Hä? Wie ist der Schrofflindenaufsatz? Ja, Schrofflinden-Munni habe ich schon. Ja, aber Aufsatz. Teil von der Waffe. Weißt du? Ach so. Oh. Machete. Ja, geil. C4 Ladung. In einem der Boote war die Machete. Den Stein wollte ich nicht. Das Brot nehme ich gern. Oh Gott. Ducktape. Ja, Halleluja. Ne, jetzt Stein. Soll ich mir das Steinchen? Mich besorgt immer noch dieses... Explodieren, ne? Das ist halt ein Blitz. Der irgendwo einschlägt. Das ist halt ein Blitz. Da ist ein Steinchen. Ja, hat sich schon gelohnt hier langzulaufen, wa? Hast du jetzt auch so ne schöne Machete? Ja. Ey! Ich hab' mich verklebt. Ich hab' mich verklebt. Ich hab' noch zwei Zentimeter Leben. Warum tust du das? Hab' ich? Ja doch, ich hab' gerade gesammelt. Hast du mich grade guide? Hm. Nee. Alter. Aber ich hab' hier Essen. Ich hab' mir direkt noch nen Rahmen rein. Auch wenn das lustig macht. Warum nicht, warum nicht, äh, ne? Kochen. Weil wir den Koch hoffentlich haben. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil der, der ist ja nur Essen die Option. Sondern er ist nicht kombinieren. Oh. Dann sagt der vorne so. Oh, oh. Wollen wir dann gleich mal kurz, äh, ein Feuer anmachen? Ja, bei Regen wahrscheinlich nix. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. So. Wobei, jetzt grade geht's. He the... He the, he the... He the, he the, he the... He the, he he. He. He, 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 he... Dann lassen wir die andere Seite zum Strang lang, vielleicht hört es bis dahin auch zu regnen. Ich hoffe, Calvin langweilt sich ohne uns nicht so lange. Du, der hat ein Mutterleben da. Da ist eine Bank und da kann Bären essen und wird die ständig getötet. Jetzt stell dir vor, während wir hier spazieren gehen, machen die den Kopf kürzer zu Hause. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Eigentlich verfolgen die ja uns immer als Spieler. So, ich habe ihn eingestammt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf der anderen Seite den Strang lang. Dann ist da auch noch irgendwo was. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen mehr Werkzeug. Aber Waffenteile? Ich denke, wir müssen halt viel mehr erkunden. Ich meine, die Pistole, den Pistoleaufsatz und die Schrift finden auch so. Denn beide keine GPS-Fürze. So. Aber ich denke auch mal, dass die in der Höhle sind. Auch bestimmt, ja. Aber wenn nie draußen Aufwäsche sind, ne? Dann weiß ich das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020